der Avatar 2. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal so ein kleines Livestream-Unboxing, weil ich habe die hier eben bekommen von Amazon und ich bin richtig gespannt drauf, was da alles dabei ist in der Fly More Combo, weiß ich natürlich schon. Ja, aber wie das Ganze aussieht, da bin ich natürlich super gespannt drauf, das selber mal hier in den Händen zu haben und anzutesten. Das ist wirklich ein Traum. Ja, ich sehe, eine Person ist bereits im Chat und hat auch schon einen Daumen nach oben dagelassen. Das finde ich fantastisch. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier mit der Kommentarfunktion so richtig funktioniert. Vielleicht kannst du da draußen mir mal einen Kommentar schreiben, damit ich das sehe, was jetzt hier passiert. Live-Chat. So, zwei Leute sind drin. Ich gucke mal. Gut. Das müsste alles funktionieren. Wir warten noch ein bisschen. Ah ja, jetzt sehe ich auch die Kommentare. Fantastisch. Ja, Freunde, Avatar 2 ist draußen. Avatar 2, Fly More Combo. Ich bin richtig gespannt drauf. Ich will aber jetzt noch nicht anfangen, solange wir so wenig Zuschauer hier haben. Leute, kommt rein, kommentiert, liked, damit dieser Livestream hier eine gewisse Reichweite bekommt. Und dann fange ich an, die Drohne auszupacken. Wir sind drei Zuschauer. Fantastisch. Stellt euch kurz vor, haut einen Kommentar rein und dann geht's gleich los. Was haltet ihr von der Avatar 2? Habt ihr schon Videos darüber gesehen, mit Sicherheit? Was würdet ihr sagen? Ist das eine gute Drohne oder eher nicht? Was fliegt ihr so? Fliegt ihr eine Avatar 1? Fliegt ihr vielleicht eine andere FPV-Drohne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, und ich würde sagen, wir entfernen schon mal so ganz langsam die Plastikfolie. Das ist immer das Beste, bei so einem Unboxing die Plastikfolie zu entfernen. So. Und da kommt auch schon der Karton zum Vorschein. Ich mach das hier ultra spannend, Leute. Hohe Bitrate. Warum ist der Stream hochkant? Das kann sein, weil ich hab das Handy leicht nach unten geneigt. Ja, das kann ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr ändern. Ich schau mal eben. Könnt ihr alles gut sehen. Also ich hab gerade gehört, dass der Stream leider hochkant ist. Ich hatte das Handy eigentlich schräg nach unten ausgerichtet. Aber irgendwie geht das nicht anders. Sonst ist der Karton nicht komplett drauf. Das ist ja immer so ein Problem bei diesen Unboxing-Videos. Wie will man diesen riesigen Karton hier so halbwegs in die Kamera bekommen? Insofern geht's halt leider nicht anders. Ja, man sieht alles. Das ist doch wunderbar. Okay. Ja, wir sind schon einige Zuschauer. Wer ist alles am Start? Der FPV-Quack, der Bruchpilot aus der Schweiz, ist am Start. Ehrengast auf jeden Fall. Hohe Bitrate ist am Start. Puppe ist am Start. Kannste mal anlecken. Bild ist gut. Ja, du weißt, wenn ich was angeleckt hab, dann gehört's mir. Das ist ja immer so, ne? Wie gesagt. Ja, sollen wir mal reinschauen, oder was? Habt ihr Bock? Ah, der Malone ist auch endlich da. Super geil. Ich glaube es ja nicht. Da hast du die Avatar 2 schon am Start. Ja. Ja, gestern kam die raus. Ich hab sie gestern bei Amazon bestellt. Und vorgestern war sie schon da. Nein, Quatsch. Heute ist sie angekommen. Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass sie erst Samstag ankommt. Aber, ja, ich hatte Glück, ne? Friday is my day. So, wir schauen mal rein. Ja, ihr habt bestimmt richtig Bock, das Ding hier von innen zu sehen. Und ich natürlich auch. Ich hab übrigens eben noch von DJI gesehen, dass es auch einen neuen Flight Simulator dafür geben soll. Den kann man sich auf jeden Fall mal runterladen. Und dann mit der Avatar schon mal Probeflüge absolvieren. So, hier ist noch ein Klebchen. Das ziehe ich jetzt mal vorsichtig weg. Wunderbar. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Sollen wir mal reingucken? Sollen wir wirklich reingucken, Leute? Ja, wir gucken rein. Ich hab jetzt, wie gesagt, die Fly More Combo bestellt. Die kommt in einer Tasche daher. Noch eine Tasche. Leute, ich hab schon immer so viele Taschen dabei. Mit meiner Air. Eine Riesentasche. Jetzt diese Tasche. Oh mein Gott, die ist breit. Und die ist dick. Eieiei. Das sieht wirklich nicht mehr nach einer Avatar aus. Das sieht wirklich aus, als hättest du irgendwie, ja, mindestens eine R3 dabei. Also ich hab die Tasche jetzt gerade nicht hier. Aber ich meine sogar, dass die Tasche von der R3 deutlich, deutlich schmaler ist. Und nicht so klobig breit. Ich zeig euch mal eben die Tasche, die ich für meine 1er Avatar nutze. Ja, guckt euch das mal an. Das ist meine Tasche für die 1er Avatar. Die ist wirklich super schmal. Die passt in jeden Rucksack rein. Das ist wirklich eine gute Tasche. Und das sieht alles auch immer schön relativ aufgeräumt aus, ne? Da passt alles rein. Da passt Controller rein. Zwei Akkus passen da rein. ND-Filter und der Rest. Und sogar hier noch jede Menge, ne? Aber das Ding hier, das ist ja wirklich... Guckt euch das an. Puh. Das ist ja wirklich ein Klopper. Was meint ihr? Ist die Tasche hier gut? Oder zu groß? Ich find's ja auf den ersten Blick zu groß. Qualitativ ist die natürlich geil, ne? Also da hat DJI die Nase vorn. Und wenn man sich das Material hier anguckt, das ist wirklich edel, ne? Das ist... Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Auf jeden Fall ist das so, wie es aussieht. Wasserabweisend. Ja, das ist gut beschichtet. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr griffig aus. Aber ich bin gespannt, was da jetzt alles drin ist, Freunde. Wie viel sind wir im Chat? Sieben Leute. Die Glo reichen sieben. Ja, dann machen wir die hier mal auf, wa? Gucken wir mal rein. So ganz langsam. Ich kann hier leider keine Musik einblenden. Sonst würde ich jetzt so eine richtig schöne Slow-Motion-Musik hier einblenden. Die Tasche ist schon groß. Aber ich schleppe meine Avatar immer in meinem Fotorucksack mit. Der ist größer. Ja. Nur der Rucksack ist irgendwann natürlich auch voll, ne? Das ist so. So. Die Stunde der Wahrheit. Schaffen wir denn zehn Zuschauer, Leute? Zehn Zuschauer. Das muss möglich sein. Aktiviert eure Omas. Oder was weiß ich. Wir sind neun Zuschauer. Wenn wir zehn haben, mache ich den Deckel hier hoch. Sagt eurer Schwiegermutter Bescheid. Sagt irgendjemand Bescheid. Jetzt sind es nur noch sieben. Toll. Egal. Okay. Wir machen auf. Ihr habt es nicht anders gewollt. Wir schauen mal rein. Eieiei. Eieiei. Das sieht krass aus. Okay. Was haben wir denn hier alles? Das modische Etikett des Accessoires. Oder was? So. Dann machen wir hier mal auf. Wir gucken zuerst mal hier rein. Was hier so alles drin ist. Das hier. Light Cut. DJI. Das ist die Gebrauchsanweisung. So wie das aussieht. Tu es. Tu es. Ja. Ach guck mal. Ein Propeller. Ein Propeller ist sogar auch noch dabei. Was haben wir denn hier noch? Jede Menge komische Dinger. Irgendwelche Magnet Clips. Was ist das denn? Kabel. Na. Das machen wir gleich mal auf. Auf jeden Fall brauche ich mehr Propeller. Noch ein Propeller. Irgendein Kabel. Ups. Jetzt ist es runtergefallen. Ein Imbus. Ein Imbus ist immer gut. Du weißt Bescheid, Quack. Imbus ist Must-Helf. So. Wir kommen erst mal zu den Propellern. Schauen wir uns erst mal die Propeller hier ein bisschen an. Was haben wir da drin? Ja. Wir haben so ein paar Propeller. B. B. A. A. Das finde ich schon mal gut. Die sind alle separat verpackt. Und mit A und B gekennzeichnet. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Weil das hatten wir sonst nicht. Sonst hatten wir immer nur einen Punkt drauf. Ich glaube hier ist aber auch das Punktsystem. Genau. Hier ist kein Punkt. Und wenn wir hier drauf gucken, ist auch noch ein Punkt. Aber so kann man sich auf jeden Fall nicht vertun. Das ist schon mal gut. Vier Propeller. Die Propeller sehen auf jeden Fall anders aus als bei der Avatar 1. Bei der Avatar 1 hatten wir ja fünf Blatt. Master Airscore hatte vier Blatt und drei Blatt dann noch rausgebracht. Aber die hier, die sehen schon eher aus wie bei einer üblichen FPV-Drohne, würde ich sagen. Okay. Dann gucken wir, was ist da noch drin. Ich will diese Tasche hier nicht kaputt machen. Deshalb werde ich die jetzt mal ein bisschen weiter aufmachen. Und wir schauen jetzt mal hier rein, was das hier überhaupt alles ist. Ich denke mal, genau. Das ist für die Goggles. Hier haben wir diese Adapterlinsen. Irgendwelche Adapterlinsen. Genau. Hier ist noch mal was. Das sieht so aus wie für die Goggles. Ja, hinten. Ja, als Stütze oder sowas. Das muss ich mir noch mal genauer angucken. Wie gesagt, das ist ja alles live, Freunde. Ich habe es selber noch nicht in den Fingern gehabt. Das hier, denke ich, ist das Kabel für die Goggles. So. Und dann haben wir noch ein bisschen Zubehör. Da ist nämlich der neue Motion Controller. Den gucken wir uns auch mal an. Das ist er. Das ist der neue Motion Controller. Der Motion Controller 3. Mit dem man jetzt übrigens auch Flips machen kann und Rolls machen kann und 180s machen kann. Wunderbare Geschichte. Ich bin gespannt, wie man damit so fliegen kann. Also ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war bei der DJI FPV noch so ein bisschen angetan von dem Motion Controller. Den zweiten, den hatte ich mir auch noch gekauft. Aber irgendwie ist es mir nie gelungen, damit vernünftig hier Kreise zu fliegen. Und dann habe ich doch lieber die Funke benutzt. Der Vorteil von dem Motion Controller ist natürlich, dass ihr die Kamera intuitiver neigt. Weil sonst müsst ihr das mit der Funke entweder im manuellen Modus machen, damit ihr richtig schön diven könnt. Oder halt übers Gimbal rädchen. Aber das sieht dann halt immer ein bisschen komisch aus. Also ich finde, der Motion Controller, der hat sich ja von Generation zu Generation auf jeden Fall weiterentwickelt. Und der letzte Touch, der jetzt noch gefehlt hat, ist der Acro Mode. Und den haben sie ja jetzt hier schon zwar auf automatische Art und Weise mit eingebracht, aber immerhin mit eingebracht. Ich bin gespannt, wie der so von der Handhabung ist. Wir werden auf jeden Fall die Tage mal einen Flug da mitmachen. Ist viel kleiner. Ja, der ist deutlich kleiner. Also sie ist ja. Ich habe jetzt leider den anderen gerade nicht hier oben. Aber der ist auf jeden Fall kleiner. Ja, aber auch handlicher. Wobei, ganz ehrlich, guck mal, ich habe große Hände und ich komme jetzt schon mit dem Daumen hier an dieses Zentrier-Rädchen dran. Und bei dem Gimbal von DJI, bei dem OM5, haben die ja auch das Rädchen hier an der Seite, das Fokus-Rädchen, im Nachhinein dran gemacht. Und ich muss sagen, diese Fokus-Rädchen, die gehen mir einfach nur auf die Nerven. Weil ständig komme ich da dran und ständig verstelle ich da irgendwas. Ich hoffe, dass das hier im Flug jetzt nicht stört. Man muss den dann wahrscheinlich ein bisschen mehr so halten, dann geht's. Aber die Gefahr ist schon groß, dass man da dran kommt. Naja, man soll ja auch dran kommen. Man soll ja auch irgendwas einstellen können. So sieht er aus. Wie gesagt, der neue Motion Controller. Hier unten ist noch ein USB-C-Port. Moin! Wo? Rainzone. Ja, so sieht er von vorne aus. Ja, und rückwärts fliegen kann man damit natürlich auch. Das ist der neue Motion Controller. Starten, landen, drei Modi. Wunderbar. So, jetzt geht's aber auch, True, ich komme da auch immer dran. Auch beim FPV Remote 2. Ja, das geht mir auch tierisch auf den Sack. Ja, wie gesagt. Okay, so, gucken wir, was ist noch dabei. Jetzt kommt die Ladeschale. Da brauche ich doch wieder ein Messer. Da gibt es irgendwie gar keine Öffnung. Moment. Ich werde mal vorsichtig anschneiden hier. So, da bin ich wieder mit den Akkus. DJI verpackt immer alles doppelt und dreifach. Haben wir nicht schon genug Plastik in dieser Welt. Aber es muss ja alles gut verpackt sein. So, das ist die Akku-Box. Ja, so sieht die aus. Erinnert mich ein bisschen an die Box von der R3. Hier kann man sie dann einschalten. Und man hat hier den Vorteil, soviel ich weiß, dass wenn jetzt irgendwie ein Akku fast voll ist und die anderen sind fast leer, dann könnt ihr ja den Strom aus dem Akku quasi in den leiten, wenn ihr hier unten drauf drückt. Ansonsten könnt ihr hier ein USB-C-Kabel anschließen und dann drei Akkus laden. Wahrscheinlich nicht wieder gleichzeitig, sondern nacheinander. Aber das muss ich noch ausprobieren. Die Drohne hier ist die Avatar 2. Ja, die Druckpunkte der Knöpfe finde ich auch immer zu leicht. So, wir können die mal rausnehmen hier, die Akkus. Also die sind jetzt hier so eingeklickt, genau. Ja, die halten hier auch drin. Zack. Das ist dasselbe Klicksystem, was jetzt auch den Akku in der Avatar hält. Da hatten die ja vorher immer Probleme bei der 1er Avatar, dass die Akkus dann bei einem starken Turn oder wenn man irgendwo gegengeknallt ist, rausgeflogen sind. Da gab es dann auch so Adapterstücke, die man sich zusätzlich kaufen konnte, um den Akku hier hinten drin zu halten. Das haben sie wohl jetzt ein bisschen besser gemacht. Ja, vom Verschlusssystem her erinnert mich das Ganze jetzt so ein bisschen an die R3. Wobei, guck mal hier, das ist schon... Also das hier ist nur Plastik und wenn man das drückt, dann geht das rein, das ist klar. Aber ich frage mich gerade, wie lange wird das halten? Und das macht auch so ein bisschen hier das Gefühl, als wenn man da fast reingucken könnte. Aber das ist nur eine äußere Verschalung hier anscheinend. Ich bin gespannt, ob die hier irgendwann ausleiern. Das sieht mir so ein bisschen kritisch aus hier. Naja, wird die Zeit zeigen. Jetzt gucken wir mal, ist da Saft drauf? Ne, da ist noch gar nichts drauf. Ne, die sind absolut empty. Ich werde die jetzt gleich erstmal laden mit dem DJI-Ladegerät. Und dann gucken wir mal, wie lange die Akkus so brauchen, bis die voll sind. Dazu kann ich euch dann später was erzählen. Ja, was sollen wir zuerst gucken? Zuerst die Brille oder zuerst die Drohne? Was wollt ihr sehen? Schreibt es mir mal eben in die Kommentare. Drohne oder Brille? Was soll ich zuerst auspacken? Können wir so lange quatschen? Brille, die werden bestimmt beim ersten Laden aktiviert. Denke ich auch. Dasselbe hatte ich tatsächlich auch bei der R3. Bei der R3 hatte ich auch erst gedacht, die Akkus sind ja tot. Und dann musste man die tatsächlich erstmal aufladen. Aber ist auch normal. Wenn du ein neues Produkt kaufst, musst du immer die Akkus vor Gebrauch einmal komplett aufladen. Und die haben die wahrscheinlich extra entladen. Das ist eine gute Frage. Die Verarbeitung, wie ist denn die? Also, ja. Ich fand den alten Akku, ehrlich gesagt, ein bisschen handlicher. Ja, der ist deutlich, also der kommt mir zumindest leichter vor. Wir können die auch gerne nochmal gegeneinander halten, bevor wir dann mit der Drohne oder der Brille anfangen. Ja, guck mal hier. Das ist auf jeden Fall eine Nummer größer hier, das Ding, ne? Also, 10 Zentimeter sind das bestimmt, die der Akku größer ist. Dafür ist er schmaler. Der hier. Ja, der wirkt ein bisschen schwerer als der. Ne, das ist keine Spielebrille, das ist eine FPV-Brille. Ja, also eine virtuelle, also nicht virtuell, sondern du kannst hier durchschauen und siehst 1 zu 1 das Bild aus der Kamera. Kofferwaage, genau. Ja, die brauchen wir beim nächsten Urlaub. So. Also, was sollen wir zuerst? Drohne oder Brille? Wir stimmen ab. Eins für Drohne in die Kommentare, zwei für Brille in die Kommentare. Brille, Drohne, 1 zu 1, Drohne, Brille, Brille, 3 zu 2. Okay, demokratisch abgestimmt, wir packen leider zuerst die Brille aus. Okay, aber die Brille ist auch geil. Wir schauen mal. Okay, wie komme ich jetzt hier dran? Hier ist alles zugeklebt, das kann man aber gut aufmachen. So, und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mir, seit ich die FPV-Fliege, keine neue Brille mehr geholt. Also, die beiden anderen Generationen Integra und so weiter, die sind alle an mir vorbeigegangen. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Veränderung von der ersten Goggle zu dieser Goggle jetzt sein wird. Und, also, ja, von der Haptik her ist das schon extrem was anderes. Das fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Und was ich auch ultra praktisch finde, ist, dass man die Antennen jetzt einfach hier hochklappen kann. Das ist auf jeden Fall eine deutliche Erleichterung. Gut, das gab es bei den beiden Vorgängern auch schon, aber, ja, bei der ersten Brille halt nicht. Und das hat halt immer aufgehalten, erst diese vier Antennen da dran zu schrauben, weil sonst konntest du sie auch nicht in die Tasche packen. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Ja, zusätzlich sehen wir jetzt hier vorne ein bisschen was, ne, und zwar zwei Kameras. Ja, was können diese beiden Kameras? So viel ich weiß, kann man da jetzt auch durchgucken. Also, man kann zwei Bilder öffnen. Das heißt einmal das tatsächliche Kamerabild aus der Avatar und zusätzlich kann man die Umgebung beobachten. Das macht zum Beispiel beim Starten und Landen jetzt einen Spotter mehr oder weniger überflüssig. Natürlich im Flug sollte man immer einen imaginären Spotter dabei haben, ist natürlich vollkommen klar, oder irgendwelche Kollegen, mit denen man gerade am Fliegen ist. Ja, aber das finde ich wirklich einen Vorteil, weil ich fliege auch ganz gerne mal in Lost Places und wenn man in Lost Places unterwegs ist und man ist da Mutterseelen allein unterwegs, ja, dann hat man schon mal manchmal ein mulmiges Gefühl und dann kann man sich zumindest hier mal die Umgebung angucken und gucken, ob da gerade einer steht, der einem die Tasche vor der Nase wegklaut, weil das würde man ansonsten nicht sehen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Zusätzlich kommen hier Brillenträger auch auf ihre Kosten, das heißt also, ich werde mal kurz die Tasche hier wegtun, weil die stört die ganze Zeit. Moment, so, jetzt haben wir auch Platz hier richtig reinzugucken. Ja, Brillenträger auch kein Problem, die können sich hier ihre Sehschärfe einstellen. Ich habe einen imaginären Bruder, Lost Places würde ich mich nicht trauen. Ja, wobei Lost Places, sage ich dir ganz ehrlich, ist der beste Ort, um mit einer Avatar zu fliegen, weil alles andere stört wieder irgendwelche Leute. Ja, du findest kaum Spots, wo du richtig schön dich austoben kannst, ohne dass du irgendjemandem damit auf die Nerven gehst. Und so ein Lost Place ist dafür eigentlich immer ideal, ja, weil in einem Lost Place kannst du auch deine Skills verbessern, kannst auch mal ab und zu ein bisschen durch Gaps fliegen. Ja, und ansonsten, was bleibt hier in Deutschland noch zum Fliegen, ne? Irgendwelche Felder, na gut, die Felder, die sind meistens Naturschutzgebiet, also ist das immer schwierig, ne? Ja, und so ein Lost Place ist halt immer schön, ja. Da stört man keinen. Was sind denn das für Flatterdinger da an der Aussparung für die Nase? Die hier meinst du? Oh ja, die sind echt flatterig. Was ist das denn? Ja, das sieht so aus, als hätten die da reingeschnitten. Okay, ich kann mir vorstellen, dass hier noch irgendwas reinkommt. Oder die haben das jetzt so gemacht, was ich nicht glaube. Also, nee, das ist auch alles hier noch nicht ausgefüllt. Aha, okay. Also, hier wird mit Sicherheit noch irgendwas reinkommen. Ich denke mal, warte mal, ich gucke mal nach. Nein, das ist ein Rückteil. Ich schaue nochmal eben in den Karton, ob das so fertig ist, weil das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sonst ist da nichts. Das ist die Drohne. Na, sonst ist da nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Tja, dann ist die wohl so. Das ist aber nicht gerade bequem. Leute, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Moment, ich schaue mal. Also, das kann es nicht sein. Das ist es auch nicht. Das Ding hier kann es auch nicht sein. Ich schaue mal, was das jetzt ist. Wir machen es nochmal auf. Aber das wird sich bestimmt klären. Manchmal hat man sowas bei einem Unboxing. Dann guckt man sich Sachen an und denkt sich, oh Gott, was ist das denn? Das kann ja nie im Leben funktionieren. Und am Ende ist die Lösung dann doch ganz einfach. Okay, was ist das? Aha. Guckt mal hier. Ne, das ist für hinten. Das ist auf jeden Fall für hinten. So wie das aussieht. Ja, das kann natürlich sein, was du sagst, dass die hier so eine Art Luftkanal gebaut haben oder was. Und die Brille tatsächlich hier nur an der Stirn hält. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil ich habe die Kamera auf den Tisch geneigt. Aber ich werde sie mal kurz aufziehen, die Brille, und mal schauen, ob die bequem ist oder nicht bequem ist. Moment. Und die ist erstmal viel zu eng. Okay. Ah, habe ich gerade auch herausgefunden. Hier hinten am Rädchen könnt ihr die Größe einstellen. Also so eine Helmtechnik quasi. So. Ja. Also ich habe sie jetzt auf. Ihr könnt mich jetzt leider nicht sehen. Aber die sitzt tatsächlich bequem. Das Einzige, was hier unten stört, hier kommt ein bisschen Licht rein. Also ich hatte sie jetzt auf, die Brille. Und sie haftet hier oben an der Stirn. Alles andere wird mit Sicherheit belüftet. So kann ich mir das nur vorstellen. Was ich aber jetzt schon ganz klar gesehen habe, diese Aussparung hier, ja, da kommt Licht durch. Also von hier unten kommt auf jeden Fall Licht durch. Ob das so das Nonplusultra ist, weiß ich nicht. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wenn da noch irgendwas reingehört. Keine Ahnung. Machst du Lost Place Videos? Ja. Mach ich auch. Ja. Musst du mal auf meinem Kanal schauen. Da gibt es, wie gesagt, jede Menge. Ja, also Drohnenflüge durch Lost Places, ne. Okay. Also das erst mal zur Brille. Ja. Wir schauen uns auch noch mal hier so ein bisschen um. Wie gesagt, hier die Sehstärke. Genau. Und dann gibt es hier jetzt das Bedienpanel. Also die haben hier, ich glaube auf der Seite ist es, haben die überhaupt noch ein Touchscreen? Ne, ich glaube nicht, ne. Die haben das jetzt wieder über den Joystick gemacht. Ja, hier auf der Seite sieht man auch nichts großartig mit Touchscreen. Ja, hier denke ich mal, das ist einfach für Belüftung oder sowas. Ja, und hier kommt man ins Menü. Ja, sonst gibt es jetzt hier nicht mehr viel dran zu sehen. Aber das hier unten ist echt komisch, Freunde. Das ist echt strange. Also, wer weiß, warum das jetzt so ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, so sieht sie aus. Am besten testen. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten. Und zwar der neuen Drohne, der DJI Avatar 2. Wir werden uns die jetzt genauer angucken. Und auch vor allem mal schauen, wie sich das Ganze mit der Kamera verhält. Ich bin gespannt. Es gibt dafür neue ND-Filter. Bis jetzt nur von DJI. Das Ding ohne ND-Filter zu fliegen, macht eigentlich wenig Sinn. Obwohl die Auflösung natürlich gut ist. Aber man hat dann immer ein scharfes Bild. Ja, und die ist schon ein Klopper geworden. Also, das ist jetzt nicht mehr Small-Size hier. Die sieht schon wesentlich wuchtiger aus. Ich werde mal die andere Avatar daneben halten, damit ihr den Unterschied erkennt könnt. Das kleine Baby und der große Bruder. Das ist schon, ist schon ein Unterschied. Wobei die erste Avatar deutlich höher ist. Die ist jetzt ein bisschen flacher gebaut. Und die ist deutlich leichter. Also, das merkt man schon. Der Akku hier, der ist schwerer. Der wiegt mehr. Obwohl die hier mehr Flugzeit hat. Also, naja. Was meint ihr? Wie sieht die aus? Gefällt sie euch? Oder gefällt sie euch nicht? Was ist besser? Der Vorgänger? Oder diese? Ja, Alter habe ich gerade daneben gehalten. So sieht die Alte aus. Die Alte, wie sich das anhört. So sieht die Alte aus. Ich habe hier unten noch den Schutz dran. Also, von der Sensorik hat sich jetzt auch was verändert. Und zwar gehen die beiden Kameras jetzt nach hinten raus und nach unten. Sind jetzt auch Weitwinkelkameras geworden. Die sind nur zum Positionhalten da. Zusätzlich haben wir hier den Ultraschallsensor. Um den Boden abzutasten, quasi um die Höhe zu halten. So sieht das Ganze aus. Die ernehmt mich ein bisschen an Selbstbau. Nur mit Verkleidung und Prop Guards. Ja. Wobei, ganz ehrlich, ne? Warum hat man das jetzt so gemacht? Warum denn nur? Also, wenn ich da an den Quack hier denke, ne? Der schon drei Avatars zu Bruch geflogen hat. Und Bäume über alles liebt. Grüße an dich, Quack. Also, ja, du kannst hier keinen Prop Guard mehr tauschen, ne? Du musst ja alles tauschen, wenn du hier irgendwo gegenfliegst, ne? Das ist natürlich wieder ein Kostenfaktor. Und ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ja, wir können mal hier hinten den Akku rausnehmen. Mal schauen, ey. Die wiegt wirklich nix. Das ist wirklich, also... Boah. Die ist so leicht. Wahnsinn. Okay. Ja, ich überlege gerade, wie man jetzt die Prop Guards tauschen könnte. Also, hier hinten sind zwei Schrauben. Ja, eine hier, eine da. Ich fühle mich jetzt wie ein Trabi-Fahrer. Quatsch. Deine Avatar ist geil. Die erste Avatar ist geil. Also, ich glaube, ja, hier sind auch noch zwei Schrauben. Da und da. Hier sind auch noch zwei Schrauben. Da sitzt bestimmt die Flight Unit drunter. Ja, vielleicht kriegt man den Rahmen hier oben doch relativ schnell ab. Vielleicht sogar noch einfacher als beim Vorgänger. Könnte sein, dass die das bedacht haben, tatsächlich. Guck mal, hier ist eine Schraube. Da ist eine Schraube. Da ist eine Schraube. Ja, leg mal hin. Meine Frau bringt mir gerade ein Maßband. Ja, und hier unten sind insgesamt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schrauben. Ja. Also, mit gutem, ja, mit gutem Geschick kriegt man die vielleicht auch auseinander. Ich bin nur mal gespannt, ob es dann auch diesen kompletten Frame hier zu kaufen gibt. Das war ja bei der Avatar 1 so. Wenn man den Frame hier geschrottet hatte, dann konnte man den austauschen, was aber auch nicht so ganz einfach war. Ja, man musste dafür hier den Höhensensor und so weiter ausbauen. Ja, und auch, so viel ich weiß, musste man hier auch irgendwie dran. Also, das war hochkomplex. Das hast du auch nicht mal eben so gemacht. Da hast du die besser zu DJI Care Refresh geschickt. Na ja, gut. So, das Wichtigste ist jetzt die Kamera. Wir schauen mal. Ich will die jetzt nicht hier irgendwie direkt beschädigen. Aha. Einfach hier unten drücken. Alles Erfahrungswerte. Wie immer beim Doktor. Einfach hier unten drücken und dann geht sie auf. Oha. Aha. Okay. So, ihr seid dabei, wie die neue Avatar das erste Mal ohne Folie das Licht erblickt. Tada. Ja, den SD-Karten-Slot haben die auf jeden Fall jetzt endlich mal vernünftig geregelt. Das war auf jeden Fall auch ein Vorteil, wenn du die Propeller hier hattest. Ja, weil die konntest du zur Seite schieben und dann kamst du immer noch einigermaßen dran. Bei den drei Blatt noch besser. Aber, ne, was ist, wenn du vergisst, den hier zuzumachen, ne? Dann donnerst du dir auf jeden Fall die Speicherkarte kaputt und den Slot gleich mit. Glaub mir, ich kenne da jemanden, dem ist das passiert. So. Okay, das ist die neue Cam. Die sieht auf jeden Fall größer aus. Schade. Ich habe gedacht, meine alten ND-Filter passen da drauf, aber wird leider nichts. Schaut mal. Ja, hier habe ich jetzt noch einen ND-Filter drauf. Den nehme ich jetzt mal kurz ab. Moment. Weil, wenn ihr schönes Footage haben wollt, müsst ihr einen ND-Filter benutzen. Dann kriegt ihr nur einen schönen Motion-Blur-Effekt hin. So, guck mal. Ich weiß nicht, könnt ihr das gut erkennen? Ja, ich denke schon, oder? Was sagt ihr? Die Kamera ist auf jeden Fall gewachsen. Ja. Ist auf jeden Fall größer geworden. Und ist jetzt vergleichbar mit der DJI Action 4. Und das ist ja keine Seltenheit. Ich habe das schon damals bei der FPV-Drohne gesagt. Die DJI FPV-Drohne der ersten Generation. Das war auf jeden Fall die Osmo Action 1. Und ich meine, dass die Avatar die Kamera von der Osmo Action 2 oder 3 hatte. Also, 2 oder 3 müsste das gewesen sein. Ja. Vom Bildsensor und so weiter. Und die, die ist jetzt vergleichbar tatsächlich mit der Action 4. Und der 1.13er Sensor, der lässt natürlich auch ein bisschen mehr Licht rein. Und der ist ja auch in der R3 verbaut. Und zwar nicht als Weitwinkel oder, ja, in diesem Sinne weitwinklige Kamera. Kann man natürlich mit der R auch machen, wenn man will. Aber da macht man ja eher cinematische Aufnahmen. Ja. Aber ich denke, bei Low Light werden wir hier auf jeden Fall Vorteile haben. Das denke ich schon. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn da mehr Licht reinkommt. Gimbal ist natürlich nur, um die Kamera hier hoch und runter zu fahren. Das Gimbal an der Stelle hat, soviel ich weiß, keine Stabilisierungsfunktion. Das funktioniert alles über Rocksteady. Mach ich, bin schlau. Ich interessiere mich dafür für Weltall-Dinosaurier-Tiere-Arzt. Und das, okay. Nur schade, dass sie 48 Megapixel hat. 24 hätten viel mehr gebracht. Ja. Ist sie auf der gleichen Höhe wie der Rahmen? Ja, genau. Das ist nämlich auch die Frage. Also die Videos, die ich gesehen habe, da hast du jetzt schon mal einen Vorteil. Also wir können erst mal nach dem Rahmen gucken. Ihr seht, wenn ihr jetzt hier crasht und keinen ND-Filter drauf habt, solltet ihr die Kamera nicht treffen. Je nachdem, wie sie steht. Wenn sie so steht. Moment, ich halte mal eben hier so was Gerades gegen. Gucken wir mal. Ja, ja, dann kriegt die Cam eine ab. So, kein Problem. So könnte sie einen Crash überleben. Aber sobald die so steht, und das ist ja üblich, wenn ihr mit Fullspeed unterwegs seid. Ja, bam. Dann wird die auf jeden Fall dagegen knallen. Und wenn ihr einen ND-Filter drauf habt, dann ist die eh noch ein Stück weiter nach vorne. Also bringt der Rahmen letztendlich nichts. Jetzt für die Avatar 1 hatte ich mal so Zusatzrahmen gekauft. Die konnte man hier an der Seite dran machen. Das war aber total doof, weil die waren immer im Bild. Anders geht es wohl nicht. Also damit muss man dann leben, wenn man crasht. Könnte es sein, dass die Cam hinüber ist. Aber man crasht ja selten. Genau. Ja, also ich bin einmal gecrasht. Ich habe einen Ast nicht gesehen. Dann lag sie da. Dann hat das Gimbal auch ein bisschen Faxen gemacht. ND-Filter abgeflogen. Ja, aber danach lief sie wieder. Wenn ihr crasht und ihr habt danach ein schwarzes Bild und nichts geht mehr, schaltet einmal alles aus und alles wieder an. Dann läuft wieder alles. Das ist so mein Erfahrungswert. Ja, aber ein wichtiger Punkt jetzt nochmal hier zur Drohne und den Propellern. Wenn wir uns die Propeller angucken, die sind jetzt nicht mehr nach unten geschraubt, wie bei der Avatar 1, sondern die liegen jetzt hier oben. Finde ich persönlich auch ein bisschen sinnvoller. Weil wenn ihr die Motoren hier nach unten habt, dann könnt ihr bis aufs Kupfer gucken. Und wenn ihr damit in irgendeinem sandigen Gebiet startet, dann habt ihr natürlich immer die Motoren dreckig. Und irgendwann sind die natürlich auch hinüber. Ich meine, klar, hier kriegst du auch noch ein bisschen was ab. Aber du siehst, hier ist eine Auflagefläche. Also so drastisch ist es da nicht für die Sauberkeit. Wie viel wiegt die Avatar? Ich meine, die liegt jetzt irgendwas um die 300, 350 Gramm oder so. Genau. Wie sieht der Rahmen aus, wenn man nach unten schaut? Sehr gute Frage. Habe ich gestern in einem Video gesehen, den Rahmen siehst du nicht mehr. Und das ist wirklich ein Vorteil zum Vorgänger. Weil beim Vorgänger hast du immer den Rahmen mit drin gehabt, wenn du nach unten geflogen bist. Und das macht das FPV-Gefühl natürlich komplett kaputt, wenn du irgendeinen Rahmen siehst. Deshalb, das ist hierbei nicht mehr so. Das haben die besser konzipiert. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Der Avatar 1 Rahmen ist wesentlich näher und enger an der Kamera gelegen. Und bei der Avatar 2 fängt er erst hier außen an, rund zu werden. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Deshalb, jetzt kannst du nach unten fliegen und du kannst auch nach unten gucken und hast keinerlei Störfaktoren mehr. Ja, beim Rückwärtsfliegen ist das manchmal auch so, hast du recht. Ja, und das nervt halt. Das ist halt echt nervig. Und auch wenn du Bumper dran hattest, je nach Bumper, wenn du die Kamera nicht ganz nach oben gemacht hast oder so in diesem 45 Grad Winkel nach oben geneigt hast, dann hast du die Bumper hier auch gesehen. Das ist, denke ich mal, ich denke mal, sehr bald wird es hierfür auch Bumper geben, weil keiner hat Bock, den Rahmen hier zu schrotten. Und der kommt mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen instabiler vor. Ihr hört das vielleicht, ich teste immer alles mit Musik. Und wenn man hier gegen klopft, das klingt irgendwie sehr hohl. Und wenn du hier gegen klopfst, das ist schon ein bisschen stabiler. Also der Rahmen hier ist deutlich stabiler, so meine ich das zumindest von der Haptik her. Das könnte man ja jetzt, die Avatar 2, auch als Mavic-Ersatz nehmen. Das hat mich bei der 1 immer gestört, wenn man nur kurz einen Rundumblick filmen wollte. Ja. Ja, bei der 1, genau. Ja, wenn du den Rahmen irgendwie mit im Bild hast, ist das natürlich Käse. Wenn du mit der 1 normale Drohnenaufnahme machen willst, dann kannst du das ja machen, indem du Horizons Steady aktivierst. Dann hast du ja immer ein schönes, gerades Bild letztendlich. Aber du hast trotzdem noch ein leichtes Fischauge. Der Weitwinkel, der bleibt ja. Und ich denke mal, dass das bei der Avatar 2, ich weiß gar nicht, ob es hier auch die Möglichkeit gibt, ein normales 16 zu 9 Format, also ohne Weitwinkel, wie es so bei einer Action Cam auch üblich ist. Du kannst ja bei einer Action Cam auch auswählen, ob du jetzt einen Weitwinkel haben willst, einen Ultra-Weitwinkel oder ein lineares Bild. Genau, linear, das war das, was ich meinte. Ich glaube nicht, dass man hiermit auch ein lineares Bild hinbekommt, was einer Mavic-Drohne dann ähnelt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht geflogen. Ich habe mich auch noch nicht mit dem Menü groß auseinandergesetzt. Aber ich werde das natürlich die Tage machen und mir genauer anschauen und auch mal durch die einzelnen Einstellungen durchgehen. Lass sie bitte kurz fliegen. Ja, das wird jetzt leider nicht gehen, weil die Akkus natürlich leer sind. Die sind jetzt noch nicht geladen. Ja, der, der drin war, es sind ja drei Akkus in der Fly More Combo, der ist leider auch leer. Also ist aber auch gut so. Dann kommt auch niemand auf diese Idee, mit einem frischen oder neuen, nicht komplett vollgeladenen Akku zu fliegen. Weil damit zerstörst du dir auf jeden Fall den Akku. Du musst den Akku immer erst komplett aufladen. Alles muss doch erst geladen werden. Ja, genau. So ist es. Jetzt laden. Ja, das Laden, das ist auch nicht mal eben so. Also man muss, wenn man so eine Drohne, ich weiß nicht, ob du damit schon Erfahrungen hast, aber wenn man so eine Drohne neu aus einer Verpackung nimmt, da muss man erstmal alle Teile komplett aufladen. Ja, man muss die Goggles aufladen, man muss den Controller, die drei Akkus aufladen. Das kann schon mal ein, zwei Stunden dauern. Und dann musst du natürlich auch in jedes Teil eine Speicherkarte reinpacken. Also in die Brille kommt, glaube ich, auch eine rein. Das war zumindest bei den Vorgängern so. Ich weiß gar nicht, wo hier der SD-Karten-Slot ist. Da muss ich gleich mal schauen. Ja, der wird hier auch irgendwo sein. Das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Genau. Ja, der Akku, so viel ich weiß, der ist jetzt hier hinten verbaut. Müsste zumindest. Ja. Aber wo legt man den jetzt? Ah, bestimmt irgendwo hier vorne. Naja, damit muss ich mich noch befassen. Auf jeden Fall musst du die Drohne dann auch noch einrichten. Du musst die Drohne komplett einrichten. Du musst die aktivieren. Vorher geht da gar nichts. Unterm Kabel, sagst du? Unter dem Kabel. Was für ein Kabel? Also es ist auf jeden Fall Kabel drin. Naja, wie gesagt, ich werde das gleich noch finden. So, okay. Was gucken wir uns noch an? Wir gucken uns nochmal den Speicherkartenslot hier unten an. Den mache ich auch nochmal auf. So, so sieht das aus. Genau. Hier ist auch ein USB-C Anschluss. Damit könnt ihr auch die Drohne laden, wenn der Akku drin steckt. Ja, Quack. Ich gucke nochmal. Und hier kommt die Speicherkarte rein. Also das ist mir alles noch ein Rätsel hier. Rätselraten mit der Avatar 2. Also wo siehst du hier irgendwo einen Eingang zum Laden? Ich sehe, da ist er. Da ist er. Alles klar. Okay, ich habe ihn gefunden. Der war aber auch versteckt. Der fällt ja kaum auf. Ja, genau. Und das Kabel ist hier auch irgendwo in diesem ganzen Unboxing-Chaos. Das ist da irgendwo abgeblieben. Genau. Hier liegen Propeller. Das ist kein Kabel. Das ist nur für den Motion Controller. Ich hatte aber eben ein Kabel in der Hand. Das weiß ich ganz genau. Das werde ich auch gleich wiederfinden, weil hier bei mir auf dem Tisch kommt nichts weg. So. Okay. Ja, der ist safe. Ja, ansonsten war es das eigentlich mit der Drohne erstmal. Mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat das kurze Unboxing-Video hier gefallen. Wie gesagt, alles spontaner Hase hier. Ich habe die vorher noch nicht in der Hand gehabt. Das ist alles mein erster Eindruck. Hier ist noch Sonnenpfiffi dabei. Der ist, glaube ich, wieder da hinten. Genau. Hatte ich schon mal erzählt. Gebrauchsanleitung. Brauche eh keinen Mensch. Oder vielleicht sollte ich die doch mal lesen, damit ich auch weiß, wo der ganze Krimskrams reingehört. Genau. Und mir ist doch eben was runtergefallen. Jetzt wurde es Sachsquack. Ich habe es gefunden. Das ist wie bei den Ludolfs hier. Das ist so ein Haufenprinzip. Und man findet trotzdem alles wieder. Das ist jetzt auch ein Fast-Charging-Kabel. Damit kann man dann auch die Brille fast chargen. Und das Ganze ist ja phänomenal. Weil hier hinten drin ist der Akku. Du suchst natürlich hier hinten nach irgendeiner Ladebuchse. Aber die Ladebuchse ist tatsächlich hier vorne. Und wenn du genau fühlst, dann merkst du auch, hier ist ein Kabel drin. Und das Kabel geht dann nach hinten in den Akku. Wunderbar. Hat auch kein Kabel mehr. In den Klamotten rumhängen. Tolle Geschichte. Lesen ist gut. Ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das ist immer so. Ja, wie gesagt, schöne, kleine, naja, so klein ist sie jetzt nicht mehr, Drohne. Ich bin gespannt, wie ich die wieder in mein Reisegepäck bekomme. Ich hatte mir für die Avatar 1 so einen richtig schönen Hart-Plastik-Koffer bestellt. Und habe die Akkus dann immer rausgenommen. Und habe den Koffer mit dem Air-Tag in meinen Koffer gepackt. Das hat wunderbar gepasst. Das war genau auf Maß. Das kann ich natürlich jetzt vergessen. Jetzt muss ich mir noch wieder einen neuen Koffer für in den Koffer holen. Weil ich packe die Drohne ganz gerne in den Koffer, ins Reisegepäck. Und die Akkus, die müssen ja sowieso ins Handgepäck. Aber, ja, das Handgepäck ist meistens schon voll mit irgendwelchen Akkus von irgendwelchen Drohnen. Und dann ist da wenig Platz für eine Drohne. Das solltet ihr auch wissen, wenn ihr in den Urlaub fliegt. Denkt immer dran, Drohne könnt ihr ruhig in den Koffer packen, aber ohne Akku. Ja, und Akkus immer ins Handgepäck. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal, wenn ihr es sehen wollt, ein extra Video. Ja, so sieht es aus, das Baby. Ich lasse nochmal hier so im Kreis rumlaufen. Da wird mit Sicherheit die nächsten Tage was zu kommen bei mir auf dem Channel. Ich hoffe, dass das Wetter hier ja so einigermaßen mitspielt, dass ich vielleicht morgen früh schon mal eine kleine Runde damit drehen könnte. Das würde mich auf jeden Fall sehr touchen. Gibt es hier eigentlich eine Beleuchtung? Genau. Ne, eine Beleuchtung haben wir tatsächlich nicht. Bei der R3 habt ihr ja auch die Möglichkeit, wenn ihr im Dunkeln landet, hier habt ihr eine Beleuchtung. Aber das gibt es hier leider nicht. Nur mal so Interesse halber. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, aber ich wohne jetzt in Duisburg. So sieht es aus. Ja, Freunde, nochmal ein kurzer Blick hier auch auf den neuen Motion Controller für die, die jetzt erst eingeschaltet haben. Da ist gutes Wetter. Ja, noch. Aber du kennst das. Sobald Wochenende ist, kommt der Regenvorhang. Und immer dann, wenn man mal Zeit hat, Drohne zu fliegen. Aber ich werde das auf jeden Fall spätestens morgen oder aller, aller spätestens nächste Woche antesten. Und das Video könnt ihr dann hier auf dem Kanal anschauen. Ich habe, wie gesagt, aber leider noch keine ND-Filter dafür. Deshalb wird es dann ein voll scharfes Bild geben. Aber sobald ich welche habe, gibt es dann auch richtiges FPV-Footage. Und ich bin richtig gespannt auf die Tricks, die man damit machen kann. Auf jeden Fall. Gerade mit dem Motion Controller jetzt diese zusätzliche Funktion mit den Flips und mit den Rolls und den 180. Das ist schon eine geile Geschichte. Da bin ich richtig drauf gespannt. Und vor allem auch aufs Head-Tracking mit dem neuen Motion Controller. Mal gucken, ob ich da so saubere Kreise hinbekomme wie mit der Funke. Die Funke habe ich mir jetzt übrigens auch noch bestellt. Ist ja auch voll der Käse, Freunde. Das ist die Funke von der FPV. Also der FPV-Controller 2. So viel ich gehört habe oder was die Datenblätter hergeben, ist der nicht kompatibel mit der Avatar 2. Ich habe gestern Abend noch ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, dass es bald ein Update geben soll, dass auch die Goggles 2 und Integra mit der neuen Avatar funktionieren. Bisher funktioniert die nur mit den Goggles 3. Aber das war ja bei allen Drohnen eigentlich so. Und nach den Updates konnte man den Motion Controller dann sogar mittlerweile für die Mini und für die R3 benutzen. Ja, aber bisher habe ich also von DJI, ich habe DJI selber noch angeschrieben. Und die haben mir geschrieben, dass es nur mit dem neuen Controller und der neuen Brille kompatibel alles sein wird. Und das liegt wohl tatsächlich an dem O4-System, an dem Übertragungssystem. Es kann natürlich sein, dass der hier irgendwann freigeschaltet wird. Dann hat man wieder 150 Euro umsonst ausgegeben. Ja, aber dann mit Sicherheit nicht mit so einer Reichweite oder so einem guten Bildübertragungssystem, weil der hier nur O3 unterstützt. Das ist halt die Frage. Aber gut, den habe ich jetzt auch noch bestellt. Was willst du machen? Alle zwei Jahre kannst du dir auch mal alles neu kaufen. Das ist wie in der Computertechnik. Da brauchst du auch immer alles neu. Und wenn so eine Drohne ein Jahr alt ist oder gerade der Nachfolger gekommen ist, dann sind die Dinger auch nichts mehr wert und dann kauft die auch kaum noch einer. Das ist unheimlich schwer. Ich habe schon lange Zeit versucht, meine erste FPV zu verkaufen. Ja, will irgendwie keiner mehr haben. Das ist so. Sobald der Nachfolger da ist, weg mit dem alten Kram oder als Ersatzdrohne behalten. Ich werde sie sowieso behalten als Ersatzdrohne oder mal für kleinere Gaps. Warum nicht? Ja, so sieht es aus. Ja, wie gesagt, du kannst hiermit auf jeden Fall zwei Jahre Spaß haben und auch länger. Definitiv. Aber wenn in zwei Jahren der nächste Hype kommt, dann willst du das Ding haben. Das ist so. Das ist so. Ja, ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich mich so langsam ins Wochenende verabschieden. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu der Drohne oder zu sonst irgendwas? Wie geht's? Ja, immer gut. Also meistens. Ja gut. Also ich glaube, alle sind so langsam raus. Ist der Quack noch am Start? Quack, lass nochmal eben was von dir hören. Quack ist glaube ich auch schon raus. Ja, haben wollen schon. Aber ich bleibe bei der alten, weil mir die zu teuer ist und das Update jetzt für mich nicht die 1.000 Euro wert ist. Ja, das stimmt absolut. Also das muss man immer abwägen. Man muss echt immer abwägen, braucht man so ein Dingen, macht man damit auch regelmäßig was oder liegt das nach drei Wochen in der Ecke? Dann würde ich auf jeden Fall keine 1.000 Euro dafür ausgeben. Für mich ist das ein mehr oder weniger Spaßgerät und aber auch ein Arbeitsgerät. Und insofern sage ich mir dann auch, okay, ich brauche die jetzt. Aber du hast natürlich vollkommen recht, mit der alten kannst du nach wie vor super Aufnahmen machen. Und es kommt nicht immer auf den größten Sensor an, es kommt nicht immer auf die meisten Pixel an oder was weiß ich. Es kommt immer auch auf denjenigen an, der damit fliegt, auf die Kameraeinstellungen, die derjenige macht, auf die Lichtverhältnisse, die dabei eine Rolle spielen. Und ich glaube, am Ende wird es kaum einer merken, mit welcher Drohne du geflogen bist. Klar, hier hast du natürlich ein bisschen mehr Low-Light-Performance, ein bisschen schönere Farben, ein bisschen helleres Bild. Aber ganz ehrlich, wenn du eine Kamera gut einstellst und einen ND-Filter draufpackst. Ich habe auch damals bei den Avatar 1 Shorts gesagt, boah, das ist das Nonplusultra, das ist einfach mega geil. Und jetzt ist hier halt noch ein bisschen größer. Das ist halt so. Was willst du da machen? Wechsel die Schule auf das Rudolf-Stempel-Gymnasium in Riesa. Ah ja, das ist interessant. Wunderschönes Wochenende. Ja, das wünschen wir dir auch, Lisa. Ja, wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, ich bin langsam raus hier mit dem Video. Wir haben jetzt auch schon die 55 Minuten erreicht. Ich würde wohl auf den Selbstbaum gehen und mit meiner GoPro 11. Ja, geil, auf jeden Fall. Ich habe die GoPro 11 auch. Ich habe die tatsächlich auch mal auf die Avatar gepackt, aber dafür ist die echt ein bisschen zu heavy. Da hat die Avatar schon gut zu kämpfen. Aber GoPro machst du nichts verkehrt. Und GoPro, was ich an GoPro mag, sage ich dir ehrlich, das schafft DJI irgendwie immer noch nicht so richtig, ist der Kontrast in den Wolken. Den finde ich einfach phänomenal, weil GoPro schafft es einfach, jedes Bild so kontrastreich zu produzieren, dass du wirklich auch die kleinste und überbelichtete, normalerweise überbelichtete Wolke noch erkennen kannst. Das mag ich an GoPro. Also an GoPro Bildqualität kommt einfach nichts dran. Das ist so. Und bei DJI, egal welche Kamera du hast, das ist immer so, ja, irgendwie Wolken immer kontrastarm, überbelichtet. Ja, das ist immer schwierig. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Kamera hier sein wird. Beim Pocket 3 habe ich das Ganze auch schon ausprobiert. Ja, wenn du den auf Automatik hast, dann braucht er seine Zeit, dann schafft er die Wolken auch. Aber dann macht er wieder die Umgebung zu dunkel. Ja, das ist immer schwierig. Also GoPro, Nonplusultra. Und die Elva, ja, die ist nach wie vor meine Dashcam-Kamera für Actioncam-Sachen, für Unterwasseraufnahmen. Ja, 10-Bit, was du sagst, ist der Wahnsinn. Und die hat mich bis jetzt auch noch nie im Stich gelassen. Und das ist einfach eine Top-Kamera. Und ich habe auch keinen Anlass gesehen, das war auch so eine Sache, bei der Elva habe ich mir, habe ich überhaupt keinen Anlass gesehen, mir die 12er zu kaufen. Weil da gab es irgendwie kaum Verbesserungen. Und da ist das wirklich so, da kann man auch mal auf eine Generation verzichten, finde ich. Weil so viel tut sich bei GoPro nicht. Weil die sind schon hart am Limit, sage ich mal. Die sind schon ganz weit oben. Ja, Freunde. Ansonsten, 57 Minuten haben wir jetzt rum. Bei GoPro kannst alle drei aufsteigen. Dann lohnt es sich erst. Genau. Jede dritte Generation erst kaufen. Genau. Absolut. Dann lohnt sich das wirklich. Dann hat sich auch ein bisschen was getan. Das stimmt. Magst du Handys? Ja. Hat man halt. Man hat halt ein Handy. Ob ich das jetzt mag, weiß ich nicht. Bist du süchtig? Handysüchtig? Ja, ich glaube, wir alle sind mittlerweile irgendwie Handysüchtig. Bin von der 6 auf die 11. War krass. Ja, das glaube ich. Da gab es bestimmt einen mega krassen Unterschied. Ja, und wenn du dir die Videos später auf dem Fernseher anguckst, das ist einfach ein Traum. Ja. Ja. Okay. Ja. So. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt bin ich aber endgültig raus. Ich hoffe, ihr habt alles sehen können. Ja, wie gesagt, ich muss mich da jetzt selber noch ein bisschen reinfuchsen. Ich werde jetzt erstmal die Akkus laden. Und dann geht es so weit wie möglich natürlich in sie eher. Ja. Und dann schauen wir mal, was das kleine Baby hier so leistet. Hast du Kinder oder Tiere? Nein, ich habe keine Kinder. Ich habe Drohnen. Und Tiere habe ich auch nicht, weil dafür habe ich leider keine Zeit. Glück auf, Malone. Aber Drohnen sind ja wie kleine Kinder. Das ist ja so. Man passt immer auf sie auf. Man freut sich immer, wenn sie da sind. GoPro und DJI sollten zusammenarbeiten. Das wäre heftig. Was dann videotechnisch rauskommt bei Drohnen. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, DJI versucht erstmal so mit der eigenen Kameratechnik das zu bieten, was eine GoPro normalerweise obendrauf bietet. Das ist ja so. Und ja, auf dem Actioncam-Markt sind die leider Konkurrenz. Das ist so. Aber ich sage mal, so eine GoPro Mini wird hier drauf vielleicht auch ganz gut passen. Die wird dann mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen was rausholen. Okay. GoPro Bones. Genau, eine Bones wäre auch geil. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, lasst uns erstmal testen, was die Cam hier zu bieten hat. Und dann sehen wir weiter. Weil dann hast du auch nicht mehr die Aerodynamik. Das ist leider der Nachteil. Ja. Okidoki. Jetzt haben wir die 60 Minuten erreicht, Freunde. Wahnsinn. Wie lange so ein Unboxing dauern kann. Aber ich denke mal, wir haben alles ganz gut durchgesprochen. Ihr habt mal so einen groben Einblick gekriegt. Und die nächsten Tage kommt dann das Flugvideo. Klappe zu. Kamera geht schlafen. Sollte ich die natürlich auch richtig rum einrasten. Mal schauen. Ah. Ok. Guck mal. Hier ist jetzt so eine Hack-Funktion. Könnt ihr das sehen? Genau. Danke, hohe Bitrate. Dir auch ein schönes Wochenende. Moment. Bin gespannt auf Videos der Avatar 2. Vor allem dann mit ND-Filter. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Genau. Gut. So. Klappe zu. Affe tot. Zirkus pleite. Und Avatar hoffentlich bald in der Luft. Ich gucke mir die Klappe nochmal in Ruhe an. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache. In diesem Sinne. Macht es gut, Leute. Freude. Peace out. Macht es gut. Guten Flug. Egal mit was ihr fliegt. Und wir sehen uns bald wieder hier auf dem Channel. Ich freue mich drauf. Und Grüße nochmal an euch alle. Und ich gucke jetzt mal, wo der Chat hier überhaupt oder wo der Stream hier überhaupt ausgeht. Ich glaube links oben. Wie gesagt, mein erster Livestream hier auf dem Channel. Ja, macht es gut. Schönes Wochenende. Und danke euch. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.